Heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen konnt, Roblox, bzw. Emergency Hamburg. Wir fahren dann auch mal zur Arbeit, denn wir sind heute als Spiezist unterwegs und wir würden sagen, dass wir da mal hinfahren zur Arbeit, denn unsere Schicht beginnt gleich. So, Rundesohn, was Leute? Der denkt wieder, ich bin kriminell und deswegen fährt er jetzt nicht. Aber das juckt mich auch ehrlich gesagt nicht, der kann mich ruhig verfolgen. Der wird gleich sehen, dass er umsonst mir gefolgt ist, aber das ist mir egal. Ja, da habt ihr gerade seinen Blick gesehen. Das kommt davon, wenn man mir folgt, aber ohne zu wissen, dass ich auch minder bin. So, da habe ich alles. Ja, gut. Ich bin übrigens jetzt als Kriminal-Dingsbums unterwegs. Wir können auch direkt mal die Mercedes G-Klasse spawnen, würde ich sagen. So. Der fährt natürlich nicht schnell. Also ist eher für Verfolgungsjagden nicht so gut, aber egal. So, ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal hier ein bisschen durch die Gegend fahren. Einfach mal gucken, was passiert irgendwann. Großartiges kann ich jetzt eh nicht mehr tun. Okay, ich habe jetzt hier irgendwie einen Einsatz gesehen, nämlich hier. Ich habe aber jetzt kein Problem, was hier los ist. Deswegen verfolge ich die einfach mal und hole auch meine Waffe raus. Ah, okay. Wir haben den, ja, äh, zu holen. Illicle-Eier-Armin. Na ja, man darf ihn nicht einfach so... Uh, das weiß ich doch nicht. Okay, der beleidigt gerade. Ah, alles klar. Ach, Junge. Und? Ey! Wenn die alle kein Auto haben... Warum darf man den denn nicht abschießen? Jetzt nimmt ihn doch. Jetzt kann ich den... Ey, Junge! Jetzt fährt der mich auch noch an! Hä? Na, da haben wir den. Gut, dann können wir jetzt mal sagen, Endworld. Wir können eigentlich mal wegfahren. Und der Einsatz ist ja jetzt vorbei! So. Ich bin einmal unterwegs und es wird direkt ausgebrobt. Okay, der rammt mich erstmal. Okay. Dann weiß ich es doch jetzt gerne. Ich glaube nicht, ja. Okay. Ich bin einfach zu lahm. Ja, das wird glaube ich nichts, weil ich halt einfach zu lahm bin. Hä? Er macht jetzt einfach genau dasselbe wie ich. Oder wenn er jetzt Polizist wird. Ja, okay. Er ist entschuldigt gewesen. Das ist der falsche gewesen. Okay. Okay, Leute. Anscheinend kann ich jetzt mal hier einen Kollegen kurz irgendwo hindringen. Ich weiß nicht, wo er ist. Deswegen stelle ich mich mal hier kurz zum Kraten hin. Ich habe keine Ahnung, wo der sein soll. Ich bin ein Jubilier. Äh. Okay. Komm mal. Gut, dann fange ich mal da kurz hin. Ich habe keine Ahnung. Komm mal da kurz hin. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal.